Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Back4Blood und das ganze Naturspieler mit der lieben, hey liebe und mit der lieben Ila. Hallo. Hi, hi. Bum, 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 da wird schon geschossen. Ich bin ready, Alter. So ready bin ich. So ready bin ich. Oh. Immer noch Assi-Aktion. Oh Gott, äh, die Waffe ist ja Krankheit. Oh, halt sich die Handy. Um euch auf die Schultern zu klopfen. Klapp mich, wie du uns hält hier ins Verderben ist. Da sind Pillen. Wir sind zukünftig auf, wo du hinläufst. Halt, das passt gar nicht. Ich frag mich echt, wie wir uns, also wie sollen das der Schwierigkeitsgrad? Genau. Wie könnt ihr denn das Spiel jetzt mit rumpfläten? Ah, so schnell tot, gell? Ja. Alter, vielleicht das war mit euch. Mach mal die großen kaputt. Mhm, probier's. Da oben, da hinten lächelt wieder einer. Lass uns mal dorthin gehen. Ja, aber da links war doch auch einer. Ja, aber da links war doch auch einer. Ja, da hinten lächelt wieder einer. Lass uns mal dorthin gehen. Na gut, können wir erst links ziehen gehen. Links und dann wisch. Hier drüben gibt's Infos. Oh, komm nicht. Komm nicht hier, ich komm nicht. Oh! Geh mal hin? Hey, ne, ich folge dir. Wo denn? Kannst du uns da nicht vielleicht einfach mal, also, die Kunde vorwarnen? Bevor du sowas machst. Oh, mich hat so ein... Ja, genau. Weg. Ja, jetzt kommen die großen zu mir und zur Ela. Fünf, Alter, wegcasern, du Assi. Geh weg! What? Ja, natürlich. Ich lieg aufm Boden. I need some help. Oh no. Ich möchte mich für's Protokoll festhalten, dass das ganze Line Exit schuld war jetzt. Ach, jetzt sei doch nicht so. Ich bräuchte sie hier, wenn du schleppst, dann Ela weg. So, die Topsi. Ja, hm, ja, hm. Ich weiß ja auch, ne? Ich dachte, du bist ready. Ach, das sei doch nicht, Sir. Das ist ja... Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Überhaupt nicht nachtragen, die Frau. Ja. Mhm. Die waren in diesem Wagen drin. Ja. Oh, hübsch. Ich bin mit eingeweihtem Bedeck. Wir müssen dürfen... Wir müssen aufpassen, dass wir die Viecher nicht töten, wenn, ähm, die in der Nähe stehen. Boah. Ich bin schon wieder am Boden, Alter. Es gibt Sonnen. Okay. Ich bin schon da. Au, 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 au. Oh, ey. No. Ela tot. Na los. Fack doch was. Ja, ne, du warst grad beschäftigt. Also, sie hab was damit, äh, beschäftigt für den Rückenfreizeichen. Boah. Zwei dicke. No, no. Nein, Ela tot. Als wir das selbst machen. Oh, muss ich mich kümmern. Die rücken mit den dicken halt die Horde nicht mal los, Mann. Wo ist denn das dicke? Ja. Auf der Ela-Platz. Das war das Problem an der Aktion. Oh. Das ist schlecht. Nein, ne? So. Das war am 4-7. Das war echt ein 4-7. Ja. Das war wirklich ein 4-7. Aber am 7-4 ist es 4-7. Oh. Oh. I died. Oh, no. Ich bin auch tot. Ja. Ich bin auch tot. Ja. Ich bin auch tot. Ja. Oh. 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 Das tut mir jetzt aber echt leid. Auch ein Menü. cool. Okay. Ich werde mir Mühe geben, nicht mehr auf die zu schießen. Axel stürzt uns ins Verderben. Sag doch sowas nicht. Kann nicht wahr sein. Alter. Ich kann langsam nicht mal jeden Fail von uns. Ich kann sie echt nochmal einzeln hochladen. Das geht doch. Guck doch nicht so. Kann ja mal passieren. Weißt du? So. Mhm. 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 Ah. 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 Gesundheit. Gesundheit. Keine Ahnung. Ja. Ihr könnt jetzt zwei Medipacks. Geil. Ja. Hübsch. Ja. Ich hab schon zwei, ja. 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 Rücken wir auf. Na die denn nachher einfach wieder zurück in den... Kack safe rum? Dann heil mich da. Oh, was hab ich denn da? Oh nein, ich hab ja ganz drauf. Warte, warte, warte. Ich hab ja Einzelschuss. Ja, ihr auch. Da stand Sturmgewehr. Okay, warte, ich will die. Egal. Besser. Geht aber ne Einzelschuss los. Kommt, bewegt euch! Wunder! Seid doch so nett, ja? Die Snitcher müssen weg, bevor wir die Tür für euch aufmachen können. Das ist mal anders, zackt. Und nicht vorher lassen wir euch nicht rein. Ja. Die Snitcher sind sich bewusst, dass wir keine neuen Core-Mitglieder suchen, oder? Absolut. Habt ihr gehört? Noch mehr! Oh Gott, stopwatch. Eieieiei. Weißt du nicht auf das rote Ding schießen, wa? Ja, wenn wir alle zusammen sind, dann schau. Auf, ich scherze. Ja. So, ich übernimm die Seite der Hecke. Wuh! Außer der grossen, grossen, Ila gross. Ah! Gross, gross. Zweimal gross. Ah, das ist gut. Das ist gut. Lass los. Und dann gleich alle wieder. So, was haben wir denn jetzt alle? Da ist noch einer! Ja, ich heil mich kurz noch. Ah ja, das wäre auch eine gute Idee. Ich flick das. Oh, ein Kratzer. Ah. So, zum nächsten. Wenn diese Boomer kommen, die dürfen nicht neben uns explodieren, sonst kommen immer mehr und immer mehr. Alle bereit? Ja. So. Tua. Boah, mich hat so ein blödes Teil. Was ist denn das? Hey, das kostet das? Was ist denn das? Du kannst du rundherum einfach wegknacken. Ja. Wie did it? Wie did it? Das war doch jetzt gar nicht so schlecht. Schaden abgebuchen. Das war doch jetzt gar nicht so schlecht. Wir müssen sie erledigen. Ja. Warte mal, lass das mal hier reingucken und lass mich sehr noch. was ich wollte mich aber anbauen Die müssen sterben, wenn die weit weg sind. Nein! Lass doch los! Oh, und jetzt hatten wir das anders gefangen. Was ist denn das für ne Kacke hier? Also wenn ihr Zeit habt... Ach, lass doch los, Mensch! So, was haben wir hier jetzt alle? Da oben! Digger! Was für ne Scheiße! Oh, hier auch! Komm schon, Brody! Schieß den Bummer, schieß, 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 schieß! No, 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 no! Ich bin an einem Punkt, wo es ganz schön anstrengend wird, muss ich sagen. Ja, bin auf dem Weg. Oh, der lebt noch. Danke, Kacke. So, ne ja, jetzt war's doch jetzt gar nicht. Du schlecht. Ja, oder? Dich oder mich? Dich. Darum muss ich mich kümmern. So. Lass das mal gucken, ob wir noch irgendwo was liegen haben zum Heilen. Ja, eben. Hier ist nischt. Na, 4 von 5 haben wir zumindest schon mal. Sind wir gar nicht so schlecht. Ja, da hinten steht der letzte. Meinst du, Fynn, also die Hilfekassen am Friedhof? Ja. Was ist denn da? Sollen wir drauf schießen jetzt? Das stimmt nicht. Das spür ich. Das stimmt nicht. Das stimmt ja nicht. Carly. Sieh! Geld nicht, dann. Geld nicht. Geld nicht. Geld nicht. Geld nicht. Geld nicht. Geld nicht. Aua, 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 aua. Lass doch los, Junge. Mach doch so weit nicht. Ume. Weg vom Bubu. Ihr liegt gleich. Oh, ich liegt. Ah, das ist so ein Breaker. Fuck. Ja, kann mich jemand aufheben? Ich weiß nicht, die verfolgen mich. I'm trying. Letzter Sekunde. No, 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 no. Ich kann mich immer erzählen. Glaub doch zu uns, da kann man nur schießen. Ich lebe noch. Ich lebe ja noch. Ich lebe ja noch. Nika, Janika. Hi. Hallo. Hallo, nein. Hier. Nein, nein. Lass doch los. Je, je. Alle tot wird das. Super. Nee. Wir haben halt nochmal einen Akt vor uns. Never ending story. Ja, jetzt wissen wir da auch, dass da zwei so Kackbreaker kommen. So weit haben wir das ja vorher nicht. Ja, erstens, wir sind zu dritt, aber ich spiele bloß mit Bekannten. Tut mir leid. Mein, 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 das ist doch...